Ah! Ah! Zuckelt! Ah! Wieso hast du das gemacht? Ich will aber gehen! Nein! Ich will nicht mehr leben! Hör auf! Du machst mir Angst! Wieso heißt euer Dorf Wahlreiter? Wieso heißt der Wahlreiter? Ist der auf dem Wahlkritten oder was? Gott! Hey, das sind doch die! Bin ich tot? Wo bin ich? Bin ich tot? Ich bin tot! Bitte, lass mich tot sein! Mein Kreuz! Rest in Peace! Also bin ich tot! Ich bin tot! Oh mein Gott! Mein Werwolf! Nein Werwolf! Oder irgendein anderes Tier! Oh! Du bist ja süß! Hehehehe! Der schaut aus wie ein Hase! Der schaut aus wie ein Hase! Der hat da vorne die Zähne! Und der schaut aus wie ein Hase! Und diese Hase! Oh Gott! Du bist ja so süß! Ich nehm dich gleich mit! Oh! Das vergribbelte Auge irgendwie! Komm! Komm raus hier! Ich nehm dich mit! Komm! Ich war schon immer den Hasen! Ich zeig dir den richtigen Hasen! Ha! Verrotte in dieser Zelle, du Arschloch! Ich würde mich gerne... Oh mein Gott Alter! Zieh dir doch bitte ne Hose an! Das ist ein Spiel für Kinder! Zieh dir ne Hose an! Du hast hässliche Haare! Du hast gute Haare! Hallo? Ah! 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 Du hast wahrscheinlich das, ne das! Kann mich bitte die Tür zu dir aufhören! Ich will sie dir vordringen, aber du lässt mich nicht durch! Gott hast du ne hässliche Fresse! Drei Phasen von nem FIFA-Spiele! Zum einen der Typ, der einfach nur da hockt und sich selbst bemitleidet. Keine Angst, Kumpel! Es kommen wieder bessere Zeiten! Ich war schon viel schlimmer drauf als du! Dann... Phase 2! Er steht einfach nur da und kann den Kopf schütteln! Und sich am Hinterkopf kratzen und dann die Hand wieder weg zu tun und dann den Kopf hängen zu lassen und irgendwie hässlich auszuschauen! Keine Angst! Und die letzte Phase eines FIFA-Spielers! So! Hallo! Hallo! Ich wollte sie gerne interviewen! Ich würde sie gerne interviewen! Ah! Okay! So weit war ich auch noch nicht! Also ich habe ja schon vieles erlebt, aber sowas! Ach! Ich glaube... Ich glaube einfach nur, der will sein Revier markieren! Da ist ein Pfosch mit Blut! Dahinten ist ein bisschen Blut! Da ist Blut! Ja man! Du wirst bloß dein Revier markieren! Ich gebe dir vollkommen recht! Das ist gut so! Mach weiter so! Du bist auch auf dem richtigen Weg! Aha! Ein Loch! Ja der Mauer! Und hier kann man bestimmt hochgehen! gut! Kinkel hat einfach still gehalten! Ich bin viel geahres! Love us! Maja! Ich kämpf jetzt eiskalt die Leiche. Ich kämpfe jetzt eiskalt die Leiche! Schämpf! Aber was hat Professor Eichtner gesagt? Das ist nicht der richtige Ort, um eine Leiche zu schänden. Das tut mir echt leid, Kumpel. Was wird da? God always provides a way. Follow the blood. Okay. Ich folge dem Blut. Ja, Meister. Ich weiß nicht, ob man das hören kann, aber mir flüstert gerade jemand zu, dass ich nach oben gehen soll. Ich weiß nicht, warum aber auf einmal will ich nach oben gehen. Ich will nach oben gehen. Oh mein Gott, er ist blind. Er muss sich an der Wand entlang faschen, weil er nichts mehr sieht. Tut mir echt leid für dich, Kumpel. Hallo? 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 Ja, hallo? Ja, hallo? Blut am Bremschtick. Oh mein Gott. Er kommt durch, das sieht er nicht. Ja, durch, er sieht mich nicht, das sieht mich nicht. Das steht um die Ecke und drücken. Oh, noch mal. Oh nicht. Ich höre dir zu bleiben. Das war's für heute.